Was geht Leute? Herzlich Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video von mir. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Jeder, der sich auch freut, dass wieder Brawl Stars Videos kommen, erstmal Like da lassen, ihr wisst Bescheid. Wir switchen auf jeden Fall jetzt direkt rüber zu Brawl Stars. Let's go! Und zwar, Freunde, es wird Zeit, wieder Brawl Stars auseinanderzunehmen. Wir müssen wieder viele Trophäen pushen. Ich bin einfach bei 20.750 Gesamttrophäen. Das ist absolut, ich glaube, ich hatte noch seit Monaten nicht mehr so wenig Trophäen wie jetzt aktuell. Einfach fast 4000 Trophäen unter meinem Rekord. Dazu holen wir uns jetzt einfach mal auf spontan Stargold Ems hier im Shop, Freunde. Den goldenen Ems Skin, übertrieben krass. Und let's go, Digga. Auf entspannt, würde ich sagen. Auf entspannt zum Start vom Video. Let's go! Dazu ist hier auch das neue Gadget. Uh, das Asteroid Gadget von El Primo ist hier. Das kann ich mir aber jetzt nicht mehr leisten, ne? Das ist jetzt aber Broke. Ich glaube, ich öffne mal ganz kurz ein paar Kisten. Warte, hier kann ich auch noch alles einsammeln, Bro. Alles, Digga. Komm, ich muss ein paar Kisten öffnen. Ein bisschen was aus dem Broil Pass. Let's go. Große Box. Stell dir vor, wir ziehen das Gadget. Das wäre auch nice. Komm. Gönn, Bruder. Oh! Wir ziehen es, oder? Ziehen wir es, Freunde? Ziehen wir es, bitte. Und, uh, wir haben die Star Power, die von... Ah, okay. Ja. Die Star Power von Surge. Die wollte ich aber eh nicht haben. Aber die ist trotzdem nice. Komm. Hätte ich mir irgendwann eben wahrscheinlich gekauft. Deswegen besser so auf jeden Fall. Shabby auf jeden Fall. Aber immer noch nicht das Gadget, was wir eigentlich wollen, ne? Komm. Eventuell haben wir noch Luck. Gönn, Bruder. Gönn. Ja, okay. Jetzt küsst du einen Tauschen, naja. Warte, das wäre jetzt nicht so der beste Deal, aber... Gönn. Uns wird nicht gegönnt, Freunde. Uns wird nicht gegönnt. Aber wir bleiben... Wir bleiben hartnäckig, oder? Ich weiß nicht, Digger. Bleiben hartnäckig. Wir bleiben hartnäckig. Komm. Ich will das Gadget haben, Mann. Gönn doch, Bro. Gönn, Bruder. Gleich schalten wir offizielles Charge frei. Oh! Wir haben das Gadget. Let's go. Stark, Digger. Nice one. So will ich das doch sehen. Sehr schön. Nice. Warte, was passiert mir jetzt, wenn ich auf Search draufklicke? Ich kann ihn gegen eine... Gegen eine große Box eintauschen. Okay, lassen wir das mal so. Wir haben auf jeden Fall wieder... Oha, 3500 Münzen fast. Stark auf jeden Fall. Wir jumpen direkt rein in die... In eine nice Runde. Solo-Showdown. Sichere Mitte. Wollen wir... Wen wollen wir nehmen? Ich hab Bock mit B eigentlich zu spielen, oder? Wen... Sollen wir direkt ein... Na, das... Oh, wir nehmen doch... Wir nehmen El Primo. Komm. Wir probieren das Gadget aus. Oder wir nehmen Amps. El Primo! Aber komm. El Primo, danach Amps. Mit neuen Gadgets. Mal hier. Zack. Let's go. Also, man kann ins Meteoriten so gesehen hervorbeschwören. Sehr nice. Aber gucken, wie es... Ob sich das überhaupt lohnt. Komm her. Komm. Er hat mich geslowt. Aber er hat Outail benutzt. Ein Glück für mich. Wir gehen rein. Die holen wir uns, Digga. Die sind ja... Die ist ja mal... Die ist ja mal trotzdem absolut los. So, weg mit der Piper. Wichtig. Easy. Hier haben wir einen Max-Level-Groi-Pass-Search. Und den holen wir uns auch, oder? Ich beruhige mich, Freunde. Nicht, dass der Search mich jetzt hier holt. Nee, komm. Nein, Bruder. Das ist nicht gut. Er passt. Wieso, wieso, so viel Pech? Wieso kommt denn jetzt eine Terra von der Seite, Digga? Warum das? Komm, Freunde. Wichtig, 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 wichtig. Wir sind hier gut rausgekommen. Sehr, sehr wichtig. Bro, ich gehe nach links. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, Digga. Ich bin zwischen den beiden, ne? Ich muss hier weg. Ganz schnell. Ganz schnell. Ey, jeder macht Auge auf mich. Das ist echt nicht nass. Und das war's. Digga, das war wirklich... Ich habe sogar noch mein Gadget gedrückt gehabt, aber... Das war... Ich war zu schnell tot. Ey, es macht keinen Sinn mit der E-Primo auf der Map. Macht keinen Sinn. Wir gehen jetzt mit Amps rein. Digga, ich will jetzt als goldene Amps die erstmal alle hier auseinander nehmen. Aber... Jetzt richtig, komm. So, Digga. Let's go, Freunde. Wir gehen rein. Komm. Baby. Erstmal schön erster werden. Das brauche ich jetzt mal. Let's go. Und, Freunde, checkt auf jeden Fall auch meinen Vollgeist-Kanal ab. Dort kam heute auch wieder ein Video online. Erster Link in der Beschreibung. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, unbedingt abchecken. Richtig nice Video. Aber komm. Okay, Roboter spawnen direkt bei mir. Nicht gut. Gar nicht gut, Bro. Aber wir nehmen die Kiste mit. Wir sind gierig, Freunde. Wir sind sehr gierig. Oh mein Gott. Ich werde es hier nicht überleben. Da oben. Der näher, Bruder. Das war's. Guckt mal. Gönnt euch. Oha. Das... Ja, das war's. Kommt. Was soll ich machen? What the fuck, Digga. Alle. Wirklich, alle sind auf mich gegangen. Nur wegen dem Roboter. Egal, wir gehen nochmal rein. Bro, wir müssen jetzt Erster werden. What the fuck. Alter, he lost. He lost. Aber das war auch heftig, Bärch. Alle sind auf uns gegangen. Grast. Dann dürfen wir hier nicht meine Roboter holen. Als MC. Was ist hier. Digga. Warum gibt es... Warum laggt es überhaupt? Was ist mit meinem Drecks Internet los? Das ist einfach lag, Digga. Das war letzt... Die letzten Male war es auch schon so. Ich verstehe es nicht. Die Roboter spart. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, Digga. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, Digga. Ich habe nicht mehr gespielt, Mann. Ich bin raus in Broil Stars, Digga. Man kommt ja drauf. Dazu noch diese unnötigen Legs, Digga, die mich richtig triggern. Die triggern mich anders. Diesmal. Jetzt. Okay, komm. Das wird unser Kill, Freunde. Diesmal wirklich. Das muss ich aufpassen. Jetzt hat sie den Superschuss. Okay, sie hat Geltit benutzt. Okay, wir haben sie bekommen. Alter, Digga. Sie hätte fast schiefgegangen. Komm. Let's go, Bro. Okay, wir gehen weg. Ams soll auf jeden Fall ein bisschen den Roboter hier damagen. Bisschen Schaden an ihm machen. Komm, wir gehen zu Ams. Äh, zu Max. Lol. Ah, da ist der Roboter. Okay, komm. Robi, Bro, komm her. Ja, ich gehe jetzt. Oder? Höchstens noch vielleicht Max. Stark, Max haben wir. Der Pam wird es aber nicht reichen, leider. Wir gehen weg. Ja, zehn Powercubes, Mann. Geh weg von mir. Geh weg, Digga. Komm, das Leben noch dran, Bro. Wir müssen das Erste werden, Reethoff. Wir müssen das Erste werden. Wichtig. Sehr wichtig. Fürs Endgame hier. Ja, wir werden Erster. Komm. Sauber. Und Hauptsache, nee, der verrückt mich jetzt nicht auf die Erste. Oder doch, komm, wir machen uns viel Schaden. Ja, wir sind jetzt so sauber. Was habe ich für Selbstfallfälle. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind Erster geworden. Stark, Freunde. Als Golden Amps wenigstens einmal hier im Video. Aber sonst, Freunde. Wir werden auf jeden Fall später gemeinsam, Bro. Ist das live. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Aktiviert dafür unbedingt die Glocke. Und gönnt euch jetzt auf jeden Fall das neue Vollgeist-Video auf meinem Bro-Kanal. Erster Link. Gönnt euch auch den Leon-Bro-Merch. Ihr wisst Bescheid. Haut rein, Freunde. Wir sehen uns. Ich liebe euch. Ciao, ciao.